Äh, hoch oder runter? Ich geh mal von runter aus. So, gucken wir erstmal auf Level 2. Tralalalalalalalal, tralalalalalalala. Ja, ja. Ich bin Isaac, fliege durch den Weltraum und muss noch mit dem Fahrstuhl fahren. Der auch nur ein halbes Jahr braucht. Ach. Kann ich nicht wieder rein in den Fahrstuhl? Immer schon voll. Hat er nicht gerade gesagt, das automatische Verteidigungssystem ist wieder online? Das ist natürlich dann wieder super. Uäh. Ich will nicht. Aber immerhin ist hier dann wieder ein Shop. Das heißt also, wir können erstmal ein bisschen scheißlos werden. Zum Beispiel die Schemata. New Item. Kontakt Burn. Oder B. Oder wie auch mal Force Gun. Was ist denn das? Schade Range. Keine sonst was. Boost. So, das so. Okay, wir können es uns aber nicht kaufen, weil wir ja eben schon... ...Fehlwaffen haben. Wie Damage... Erg Protector. Erg Protector. Erg Protector. Ich würde die euch natürlich beide gerne zeigen. Ich kann mir aber eh nur eine kaufen erstmal von denen hier. Weil die zusammen noch zu teuer sind. Gucken wir jetzt mal, was wir so verkaufen können. Zum Beispiel, das können wir verkaufen. Damit sollten wir schon... Ja, ich bin mir sicher. Damit sollten wir eigentlich schon genau genug Geld bereit haben. Medium Packs. Joa, kann ich eigentlich behalten mal zwischendurch. Flame Fuel. Da verkaufe ich mal den kleineren von. So, Ripper Blades. Den benutze ich auch fast nie. Den verkaufe ich auch mal gleich. Joa, einfach trotzdem nochmal Flame Fuel. Warum auch immer. Einfach den nochmal kurz. Och, Klasma Cutter. Den verkaufen wir einfach mal. Den brauchen wir ja so gut wie nie. Flammenwerfen Schupper ist nur so wenig wert. Ach, Götterle. Die kann ich eigentlich mal kurz in Safe bewegen. Jedenfalls in Ripper. Dann mach ich das mal kurz so. Dich bewege ich mal kurz da rein. Und dich bewege ich mal kurz da rein. Dich bewege ich mal kurz da rein. Und dich bewege ich mal kurz da rein. So, wir müssen erstmal die Force Gun. Und die Kontakt Beam. Einfach nur mal so umzugucken. Plasma Energie haben wir glaube ich noch genug. Davon brauchen wir nichts. Und noch einen Power Knoten. Also einen Energie Knoten. So, das war ja wieder eine kleine Shopping Tour. Oha. Wo fällt das? Ja. Plasma Energie. Was muss ich, weil der sich noch mit mir paren wollte? Die alte Schulette. Oder weiblicher Mitreisender. Okay, was ist denn das hier für einer? Ja. Okay, das war also ihre Zeitattacke. Das scheint eine Nahkampfwaffe zu sein. So ähnlich wie der Ripper. Und das scheinen wir auch. Nein, das ist natürlich eine Fernwaffe. Wir haben ja auch so viel Energie, deswegen lohnt es sich auch richtig, das alles gerade zu verballern. Ach und, wo sind wir wieder? Hier sind wir wieder. Ist ja super. Gut, dann beenden wir das Kapitel und ich auch diese Aufnahme. So, was haben wir denn hier so Schönes? Oh, Obliteration Eminent. Completed. So, dann wollen wir jetzt in die medizinische Station, wenn wir nicht... Aber wie gesagt, das dann erst im nächsten Kapitel. Das heißt, ich steig dann mal kurz aus. Ein Löffel der Ozean. Ein Löffel der Ozean. Ja, genau, du mich auch. Gut. Dann sage ich Tschüss von dieser Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und einen wunderschönen Tag noch. So, und da bin ich wieder zurück in Dead Space 1. In Kapitel... Keine Ahnung wann. Ja, ich bin gerade vollkommen verpeilt. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich das spiele. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Kann ich nachladen? Nee. Hm. So macht man auf jeden Fall was. Okay, also es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich das spiele. Oh, Scheiße. Isaac, ich kann das entzündete Luft aus hier. Es spiele schneller, als ich erwartet. Ich versuche es zu isolieren, aber es wird uns nicht viel Zeit verbrauchen. Wir müssen das Ding aus dem Schiff bringen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind in dem Chemistische Lab. Ich werde die Tür für dich hacken, wenn du da bist. Puls-Browns, die sind jenes. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Medipacks, den hauen wir einfach mal weg. Wir brauchen Geld. Ja, sonst... Nee, nicht Puls-Browns. Nein. Nein. Abhoch. Abhoch. So. Plasma-Energie wollte ich gerade wegschmeißen. Lass ich aber lieber nochmal ein Puls-Projektil. Nee, das ist die Knarre. Force-Guns. Okay, was haben wir denn im Safe? Da haben wir hier den Krimskrams. Naja. Denk... Gucken wir mal, ob es auch so klappt. Also. Hier haben wir noch einen Schuss von. Deswegen wechsel ich mal lieber kurz im Plasma-Cutter. Und lauf einfach mal los. Hm. So eine Scheiß-Puls-Frau, ich würde die echt feuern. Ich würde sie richtig feuern. Du bist in der Weg des Gottes-Bahn. Der Natur-Hörer. Bist du... Bist du blind, wie das Rest? Äh, Mädel, wer spricht da? Das würde ich gerne mal wissen. Sieht sich, dass jemand die Tür auf diesem Puls-Projekt geprogrammiert hat. Und auch schon mal. Ich glaube, wir sind nicht alleine hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Jeder mag mich doch. Und ich soll durch die Tür, die gerade wie durch ein Wunder... ...entriegelt wurde. Würde mal kurz speichern, wenn man sich das hier schon so... ...anbieten lässt. Wie auch immer. Yes, wir wollen. Gut, und dann marschieren wir einfach mal durch diese Tür. Die braucht ungewöhnlich lange. Oh! Das ist ein Zeichen. Ich mag keine langen Gänge. Auch wenn dieser Gang nicht wirklich lang ist. Hallo auch. Lebt sie noch? Nicht wirklich. So, kurz überlegen. Was war nochmal Kinesef, ne? Genau die wollen wir haben. Vielen Dank. Und mir scheint es hier ein paar Lichtbugs zu geben. Oder diese Scheißviecher reizen einfach nur... ...wie Sau. Und mir kommt der Ton hier etwas laut vor. Ich werde mal ganz, ganz kurz unterbrechen. Und mal gucken, wie sich dieser Sound dann so wiederfindet. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.